Hallo Leute, mein Name ist Ralf und im heutigen Video kümmern wir uns mal um das Clipper Mesh on Print Area oder Clipper Area Mesh. Jeder sagt das ja so ein bisschen anders. Das Ganze ist im Prinzip eigentlich ein Bett Mesh, was nur dort stattfindet, wo auch das Druckteil liegen wird. Oder wo das Druckteil liegt. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer einzurichten. Es ist eigentlich sogar recht wenig zu tun dafür. Bei Cura ist ein bisschen mehr zu tun, aber das schauen wir uns dann gleich mal an. Ja, noch ein kleiner Anschub am Rande. Ich habe es leider am Anfang vergessen. Wie immer ist alles unten in der Beschreibung verlinkt und oder in Infokarten oben rechts. Weil ich weiß noch nicht so genau, ob ich das mit Infokarten machen kann. Weil wenn ich mich recht erinnere, kann man Infokarten mit Links erst setzen, wenn man 1000 Abonnenten hat. Aber ist egal. Ansonsten steht es in Links unten unter dem Video in der Beschreibung drin. Das findet ihr auf jeden Fall. Und ich werde auch die Python-Datei schon fertig hochladen. Dann müsst ihr die nicht erst erstellen für Cura und müsst selber das Ganze. Das wandert alles in mein Clipper-Repository für GitHub rein. Dann könnt ihr das einfach runterladen. Und das mache ich als extra Reiter für Area Mesh. Und dann passt das schon. So, auf dem Bildschirm angekommen, befinden wir uns jetzt schon auf der Seite, wo man ein vernünftiges Area Mesh runterladen kann. Was auch sehr gut funktioniert. Das Ganze, wie ihr gleich vielleicht sehen werdet, verwende ich jetzt schon seit April diesen Jahres. Und habe damit eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt bisher. Also das lief wirklich absolut tadellos und fehlerfrei durch. Ich habe gesehen, er hat jetzt noch ein Update gemacht für kleinere Batmeshes. Weil es gab halt immer dieses Problem, wenn das Teil zu klein wurde. Und man zu wenig Messpunkte eingestellt hatte. Was ja in Clipper eigentlich eine relativ egale Geschichte ist, sage ich mal. Dadurch, dass Clipper ja so schnell das Batmesh aufnimmt, bin ich zum Beispiel auf einem im Moment 100er Batmesh. Also das heißt 100 Messpunkte auf dem 30x30cm Bett von dem Tronksi. Und dadurch habe ich halt keine Probleme, dass ich in diesen Bereich komme, wo er halt letztes Jahr und dieses Jahr halt noch drin hatte. Da war das ganze Batmesh in 4x4. Ich glaube, jetzt hat das runtergesetzt auf 3x3, so wie ich gelesen habe. Und das müsst ihr dann halt schauen. Wenn das wirklich zu wenig ist, müsst ihr das Batmesh halt ein bisschen vergrößern insgesamt an Messpunkten, dass er halt das besser berechnen kann. Aber gut, das ist halt so ein Trial and Error in meinen Augen. Also das muss jeder für sich selber rausfinden, wie er es am besten machen möchte. Ja, die Seite fängt als erstes mal damit an, dass hier oben halt quasi das Makro für Clipper drin ist. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Das geht bis hier unten hin direkt. Wenn wir jetzt auf den Drucker gehen, dann habe ich das unter einem extra Area Mesh abgespeichert. Und habe das halt hier komplett eingefügt, einfach den kompletten Satz da. Und damit ist das eigentlich schon erledigt. So, dann kommen wir halt im Prinzip dahin, wo es um die Installation geht. Prusa Slicer, Idea Maker, werde ich nicht drauf eingehen. Ist eine sehr einfache Geschichte. Wird jeder Prusa Slicer und Idea Maker User wissen, wo er das einzufügen hat und wie er das einzufügen hat. Da ich in der Hauptsache Cura benutze, ist für mich jetzt Cura am interessantesten. Und bei Cura ist es halt so, dass dieses Sätzchen in die Druckereinstellungen rein muss. Das kann ich auch gerade nochmal ganz kurz zeigen. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Druckereinstellungen. Dort ist es dann halt auch bei Drucker verwalten und Geräteeinstellungen direkt im Start G-Code hinterlegt. Wenn wir jetzt hier runter gehen. Hier unten ist dieser eine Satz drin mit dem Area Bed Mesh. Und ist dann halt hier im Prinzip hinterlegt. Was ihr machen müsst, was ganz wichtig ist. Für Cura braucht ihr noch ein, ja sie nennen es jetzt hier Plugin. Im Endeffekt ist es nur ein Python-Code. Ihr werdet hier zu einer anderen Seite weitergeleitet, wo dieser Code halt eben zu finden ist. Dieser Code muss als Python-Datei in Cura eingefügt werden. Ich gehe jetzt hier gerade mal raus. Moment. Und zwar geht ihr dazu in den Konfigurationsordner Anzeigen. Dann wird der Konfigurationsordner von Cura angezeigt. Und dann geht ihr in Scripts. Also in den Ordner Scripts rein. Und dann ist hier schon dieses Meshprint-Size.py. Und in diesem Meshprint-Size.py ist dann auch diese Datei drin. Und das kann man auch kurz mal zeigen. Hier ist dann im Prinzip dann alles drin, was auf der Homepage zu finden war. Ich habe heute wieder einen Knoten in der Zunge. Und dann seid ihr dort halt im Prinzip schon fast fertig. Ihr müsst es natürlich noch einbinden in Cura. Und das geht im Endeffekt auch recht einfach, sag ich mal. Dazu müsst ihr halt dann nur bei der G-Code-Nachbearbeitung dieses Meshprint-Size einfügen. Weil das ist dann in ein Skript hinzufügen, ist das als neuer Reiter dann vorhanden. Das nennt sich dann auch Meshprint-Size. Das müsst ihr hinzufügen. Das müsst ihr auch dauerhaft drinne lassen. Und dann wird Cura auf jeden Fall immer die Daten, sag ich mal, mit übertragen, die gebraucht werden, um das Area-Bet-Mesh zu starten. Dann könnt ihr halt auch schon eigentlich damit arbeiten. Wer einen eigenen Start-Code im Command verwendet, der muss ein bisschen mehr Arbeit investieren. Da kann ich allerdings jetzt auch recht wenig zu sagen, weil ich selber verwende nämlich die ganz normalen Cura-Start-Codes. Und bin eigentlich bisher immer ganz gut damit gefahren. Habe auch wenig Probleme damit gehabt. Deswegen habe ich mir nicht die Arbeit gemacht und habe da in Clipper eigene Start-Codes geschrieben. Und verwende halt im Prinzip das, was da ist. Aber das ist halt eigentlich auch alles sehr gut hier beschrieben für Cura-Slicer und für Prusa-Slicer. Ich weiß jetzt nicht, ob es da für Idea-Maker irgendwelche Änderungen gibt oder ob das Ganze dann ähnlich aussieht oder ob das sogar der gleiche Befehl ist. Das hat er jetzt nicht hier runtergeschrieben. Kann ich allerdings auch nicht so genau sagen, weil in Idea-Maker habe ich es selber noch nicht probiert. Ich habe den zwar hier drauf, ich verwende den auch ab und zu, wenn gewisse Sachen in Cura nicht funktionieren. Aber ich habe jetzt nicht das soweit getestet, dass ich halt auch das Area-Mesh und alles verwende. Und G-Code sieht das Ganze dann so aus, dass wir eine neue Zeile hinzugefügt kriegen. Dazu gehe ich jetzt gerade mal in den G-Code rein. Und diese Zeile ist dann halt hier unten dieses RedMesh Calibrate Area Start und Area End. Das kommt dann aus Cura raus und mit dem Area Start und Area End kann er dann halt über das neu hinzugefügte Makro in Clipper im Prinzip das Area ausrechnen. Das läuft auch dann immer am Anfang des Druckes runter. So, ich habe jetzt gerade nochmal die Drucker geswitcht, weil auf dem anderen Drucker war irgendwie die Konsole leer. Und das passt auch irgendwie gar nichts von dem, was da angezeigt wurde auf dem Bildschirm. Warum auch immer. Auf jeden Fall sieht es dann halt so aus hier in der Konsole. Wenn ihr das hier jetzt seht, hier werden jetzt die ganzen Mesh-Daten angezeigt und auch wie viele Mesh-Punkte er errechnet hat für das Druckteil. In dem Fall jetzt hier 14. Und dann werden halt auch die ganzen Pro-Points gemessen. Und danach fängt er dann auch mit dem Druck an. Ja, im Prinzip war es das Ganze dann auch hier an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lass dein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und dann wird das Ganze jetzt.